Ich würde sagen, immer der unauffälligen Blutspur hinterher. What did you expect me to do? I was bitten, and it was only a matter of time before she killed me. Even though I wasn't infected, she said she wasn't going to. But I could see through her eyes. Why else would she reach for her gun? Why the fuck did she reach for her gun? I was just talking to her. If she wasn't lying, I wouldn't have to hit. She would have shot me. I'm sure of her. And why'd she keep you alive all this time, Alice? Huh? It doesn't matter. I shot her. I ran away. I fought and escaped those fucking things. And in the process... The suture's on my goddamn stone ripped over. I'm bleeding to death. And I can't sew it back up. Not with one arm. I can't make the fucking knot. It's so cold. I think I'll just rest. I can't see you. Oh. Oh. Ich find's schade, dass es relativ wenig Sprachnachrichten eigentlich nur gab im Spiel. Außer gegen Ende wurden es ein paar mehr. Weil das auch immer nochmal so eine ganz andere emotionale Ebene hat. Wieso habe ich ein Ohr von Calimero mit Sombrero? Red? Das könnte an mir liegen, weil ich das immer mal gerne in den Voice-Chat singe. Auf dem Discord. The last rest. Knall mal die Klicker weg. Also wenn ich gegenseitig... Okay, wer ist jetzt das größere Problem von denen? Ich könnte sie zu denen hinlocken. Ich glaube, das Spiel erwartet das auch von mir. Guck mal da. Wie dumm sind die denn? Alter, das ist ein Clowns-Fiesta. Renn doch, Junge. Klicker. Wie. Komm, nur noch einen mit. Kill noch einen Klicker. Komm, schaffst du. Weißt du, warum bleibt ihr das stehen? Renn doch weg. Mein Gott, ist ja dumm, ey. Ich bin wundern, dass die Menschheit ausgestorben ist, wenn die alle so funktioniert haben. Nee, bin ich nicht so schaff... Junge, Alter. Klepper. Klepper, Leute. Jetzt muss ich die erledigen. Hab ja auch nicht mehr so viel Schuss. Ich bin nicht gemein zu denen. Die sind nur dumm. Die haben eine Knarre mit so viel Schuss. Ja. Ich bin nicht gemein zu denen. Die haben eine Knarre mit so viel Schuss. Da hin. Aber mal interessant, dass wir das auch mal, dass wir auch mal so ein Aufeinandertreffen sehen. Ich hab voll den Überblick verloren. Wo muss ich eigentlich hin? Weil die Flasche... Weil die ja wirklich leider lauter ist. Außenrum, sagt sie. Mhm. Die haben mehr Schüsse im Magazin. Dass die Autos und Fast and Furious Gänge haben. Hä? Was ist mit außenrum gemein? Ich hab den anderen nicht mitgelockt, doch. So. Noch ein Ziegel wär nicht schlecht. Oh shit, Mann. Okay. Muss ich jetzt doch wieder zum... Den Hansup... Oh, da ist noch was. Sehr schön. Ob die erstmal killen, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich hab noch einen Molotow zur Not. So, Leute. Jetzt seht ihr, wie ich nichts treffen werde. Oh! Geil. Der sneaky, lautlose Ninja-Kill. Entschuldigung. Okay. Gib mir den einen noch. Oh! Oh! Ich krieg nie im Leben einen Headshot hin. Scheiße. I tried. Okay. Das wären mehr Treffer, als es versprochen wurden. Also, ich hab jemanden getroffen. Ne. Ich hab nicht mal das Hemd getroffen. Pass auf. Ich versuche wieder einen Headshot. Leck mich doch am Arsch, ey. Wieso lebt er noch? Ich find's bad, man. Liegt da noch irgendwo Munition rum? Ja. Praktisch. Guten Tag, Sir. Ihre Bestellung, bitte. Dann nicht. Haben wir nicht da. So, hat er verdient. Weiß jetzt nicht so cool aus wie mit Joel. Jetzt kann ich erstmal gucken, wo ich ihn so außenrum sache. Ich könnte ein Medi-Paket herstellen. Bleib im Arsch. Waren da gerade noch Pfeile? Oh, nee, noch nicht. Ähm. Okay. Einen Weg außenrum finden. Huch. Hallöchen. Wahrscheinlich war es jetzt wirklich unnötig, die zu killen. Also, glaube ich, wenigstens Zeit, mich in Ruhe umzugucken. Ach, das ist ein Rücken. Ich dachte gerade, das ist ein blanker Arsch. Entschuldigung, junge Frau. Ich dachte gerade schon, wer ist denn da blankgezogen? T-Bang ohne T-Bang. Wow. Leute, Achtung. Jetzt kommt ein Chris-Please-Moment. Ach, da muss ich hier wahrscheinlich. Ja, okay. I see. Jetzt, wo ihr es gerade so geschrieben habt im Chat. Ich habe, merke, realisiert jetzt, warum das überhaupt so heißt. Warum das überhaupt T-Bang heißt. Ich wusste es nämlich vorhin. Ich habe das einfach so als Begriff hingenommen. Okay. Ach, scheiße. Ich auch. Gut, aber ich bin hier mal nicht alleine. Mann, ey. Pfeilbogen ist so schwer, in dem Spiel zu zielen. Aber Pfeilbogen ist so cool. Du kriegst nur so... Wusse ich vorher auch nicht. Deshalb fühle ich mich die ganze doof. Das scheint aber nur Runner zu sein. War das ein Bluter? Och Gott, come on. Wow, Pest oder Cholera? Ich nehme Pest. Actually, ich nehme... Nix davon. Und, äh... Beobachte das Geschnetzel. Hören die das nicht? Sind die dumm? Kommt die ganze Parade, ey. Geil. Müsst ihr da kämpfen? Ja, da. Gönnt ihr den. Ich bin auf eurer Seite, Klicker. Haben die es echt nur geschafft, zu viert... ...einen... ...infizierten zu killen. Sehe ich das richtig? Schätze ich die Lage... Oh Gott, ich bin so tot. Ja, ich bin voll tot. Können nicht klettern, oder? Doch, natürlich können sie klettern. Ah! Wow! Nein! Spring! So viel dazu. Das kam wunderbar, das war richtig so intense gerade, ja? So, ihr Arschkekse, glaubt euch mal das hier. Lässt er die Muni liegen? Wenn ich die aufgehoben hätte, wäre ich gestorben. Also ja, die habe ich durchaus liegen lassen. Da war nämlich ein Klicker, falls du es nicht gesehen hast, ungefähr zwei Zentimeter in meinem Arsch. So. Hallo, hebst du das auf? Ja, das ging doch noch, oder? Schön, die ganzen Tänzes im Chat. Hat jemand einen TLDR-Film? Ich habe das Spiel durchgespielt, hat eine super krasse Diskussion. Und sieht jetzt quasi, ich nehme fast an, am Ende des DLCs. Ich weiß nicht, bin ich denn schon weit im DLC? Es fühlt sich weit an. Aber da wir jetzt hier nochmal Munition kriegen, wird noch was kommen. Oh ja, ich habe es doch gerade schon gesehen. Oh, kacke. Der hat Carlos gehört. Oh Gott. Oh Gott. Darf ich die jetzt alle töten? Fuck. Okay, final, final battle. Bossfight quasi. Hallo? Fall um. So. Oh shit. Alter, wie langsam Ellie ist. Hier, schenke ich dir. Ja, was ist das, Mann? Geil, Alter, eine Uhr. Die tickt so lustig. Hä? Hallo? Haha. Okay. Eigentlich tickt das Ding gar nicht, aber es wäre actually lustig, wenn das so wäre. Okay, Mann. Ich sehe noch zwei da hinten. Ey, das ist einfach zu krass für die. Hier, deinen Arsch, Mann. Und deinen Kopf. Und wieder. Deinen Arsch. True Combo. Ah, mein Arsch. Ah, mein Kopf. Ah, mein Arsch. So, ist das der letzte da hinten? Dann ging das doch eigentlich. Ellie, knallhart einfach. Warum ist der eigentlich explodiert? Hat der einen Molotow? Wollt der einen Molotow schießen? Komm. Was? Sind da noch mehrere? Oh shit, da unten sind auch noch welche. Und da hinten. Na, werde ich treffen? Nö, natürlich nicht. Der war nicht schlecht. Okay, es sind noch zwei bei der Tür und einer ist da hinten. Der Typ war einfach ziemlich hot. Übelst. Irgendwann muss man ihn ja mal treffen. Ich frage mich, ob ich ein Zeitlimit habe. Ich glaube fast ja. Ich glaube, das ist nur noch der Typ da oben. Komm, der kriegt eine Flasche ab. Hä? Was da? Habe ich ihn nicht getroffen? Scheiße, ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe ihn nicht getroffen. Und ich habe keine Munis mehr. Ich habe einfach gar nichts mehr. Vielleicht kann ich ihn in meine Flasche töten, wenn ich sie auf seinen Arsch werfe. Da hast du einen Pfeil. Dammit. Okay, komm. Mein letzter Schuss, Leute. Eben schon, Moment incoming. Weißt du, du da bist? Ich habe dich gesehen, Mann. Yes! Oh, der Flick, Mann. Hm, was machst du jetzt? Hä? Guckt in euch. Junge, ich habe durchs Auge geschossen. Seht ihr das? Ah, nee, noch nicht. Ich dachte gerade schon, der kommt da raus. Ich habe ihn in die Schulter getroffen. Egal, das reicht. Hahaha. Ich habe einfach nichts mehr. Ich habe meine kompletten Ressourcen verbraucht. Diesen einen Pfeil, den gönne ich mir noch. Äh. Okay, ich dachte schon. Letzter Stich. Alter, ich habe mich gerade vor dem Ding da hinten erschrocken. Ach, natürlich. Es sind schon viele. Ach, Mann. Weißt du, da denkst du, du bist fertig. Oh, shit. Hinter mir. Run, Ellie! Okay, da war noch einer oben. Schade, ich dachte, das wäre der einzige oben. Ich dachte, das wäre der einzige oben. Oh, Alter. Äh? Okay, ich dachte, das wäre ein Headshot gewesen. Hat er gedacht, weißt du? Spoiler. War es aber nicht. Junge, Junge, Junge. Die waren da gerade zu dritt. Wie konnte ich das überleben? Oh, Mann. Lebt der einen etwa noch? Drei Schüsse kassiert, Mann. Nee. Was? Junge, jetzt eskaliert es aber richtig hier. Hau mal ab. Das ist gar andere Probleme, Mann. Oh, Gott. Ist das ein Infizierter da hinten, oder? Nur für den Fall. Ich weiß nicht, ob ich es da brauchen werde. Ei, 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 ei. Ich habe keine Zeit für dich gerade. Ich stirb einfach schnell. Danke. Soll ich nicht hier oben hin? Kamerad hat doch eben da oben hingeschwenkt. Ist das ein Explodierender da unten? Nee, ich glaube nicht. Eigentlich ging ich jetzt davon aus, dass ich hier oben hin muss. Scheint nicht ganz so zu sein. Und ich bin. Ich hoffe, hier oben hat sie ein persönliches lifespela,